hey freundin was geht da sind wir wieder aber diesmal gold genau jetzt scheint nach lange mal wieder die sonne da haben wir gedacht da gehen wir ein bisschen golf spielen so und dann ja wir haben nichts freigeschaltet aber hier gefällt mir das ist okay so da würde ich sagen dann suchst du mal dicks aus hier eine bahn genau das mal bald okay neben dem wald der wald sieht erstmal ganz entspannt aus und start okay let's go let's go okay ich muss jetzt erstmal hier so erster schlag und zweiter schock nein oder ich muss jetzt erstmal hier so ich habe es mit drei geschafft okay jetzt kommt hier erstmal so eine komische info jetzt habe ich zu doll sagt okay okay du bist ein besser ein besser okay okay da sehen wir dann immer die die anzeige okay das kann easy werden wir holen wollen für mich das hat bisschen zu kräftig oder sogar noch im baum stand da sollte man jetzt nicht durchfallen glaube ich glaube ich kann das ganz schön böse enden so muss die fahren ach so da hinten ist die fahne okay ich könnte jetzt versuchen oh mein gott ich bin super gut aber ich kann es so mit drei nein 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 oh mein gott ich hab schon mit drei du auch ja okay 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 ja ich habe ich gehabt das ist ein doll okay das ist einfach so durch ich habe jetzt überlegt an der seite vorbei zu hüpfen ich war mal so ja ich bin der golf profi ja so leute lasst mal in die kommentare wenn ihr bock habt da wie ich das spiel bis jetzt gefällt hier also ich vielleicht ganz witzig mit mehr spieler natürlich noch cooler also wenn ihr das game auch habt und mal irgendwie zocken wollt schreibt das auch mal rein dann können wir das mal zocken ich hab mit zwei okay okay jetzt habe ich nicht zu doll hier ne okay bis jetzt ist es noch ganz easy eigentlich okay das kann man ja wahrscheinlich ja das drücke um im wasser zu springen also das gute ist wenn jemand den ersten schuss macht dann kann man mal sehen man kann auch so die karte sich begutachten glaube ich okay ich mache jetzt einfach mal voll dampf nein zu viel okay also kein voll dampf da manchmal so und das zu wenig nee das habe ich mir nicht gemerkt warte mal für mich mal foltern von ein bisschen zurück so okay nein nein sie war ernst ich stand ein millimeter vor dem ding so ich war noch mal voll dampf und zurück so 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 jetzt okay okay jetzt hätte auch mal reinrollen können jetzt sind wir ganz wenig zack okay fünf habe ich gewollt hast du gebraucht vier okay hast du mal einen aufgeholt ich habe drei vorsprung aber ist ja noch einiges offen hier das wird bestimmt noch schwieriger und was das denn muss man schnurstracks gerade die spitze da hoch oder so irgendwie ganz oh mein gott hast du voll dampf kümmern ich mache voll dampf voll dampf geht nicht ach so oh ne jetzt man muss das feld da treffen oh mein gott ich hab's mit zwei okay jetzt habe ich nicht geguckt wie stark du gehauen hast komm ich mach so okay 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 das ist mir auch schon okay so da sitzen die zwei bälle noch okay da ich nur noch zwei nur noch zwei voraus leute es wird wahrscheinlich okay ach so da ist da ja warte mal ich mache trick ich versuche ein trick ich will auf der brücke landen also hätte man das locker mit zwei schaffen können ja jetzt mal einfach mal so du wolltest auch den trick auf der brücke liegen bleiben und dann darüber hauen ja das schade hat nicht geklappt so zack nein nein ach man kann da wieder runterfallen nein nein das mach ich dir soll ich mach mal so okay okay ich bin wieder oben ey man so jetzt jetzt kann ich ich weiß wie ich das machen muss ey das ist nicht wahr ich komm nicht aus diesem loch raus aber nicht zu doll so ich bin dann sechs schläge alter sechs schläge ist auch viel endlich seit vier Monaten jetzt darfst du auch nicht guck mal links kannst du wieder runterfallen wenn du zu doll machst ich weiß bitte bleib einfach hier okay geht auch nach zeit okay die runde hat dich jetzt total nach hinten geschmissen glaube ich kannst vergessen keine schläge mehr übrig okay 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 ich bin so ein loser okay die haben dich jetzt richtig raus aber vielleicht es wird noch schwieriger ne wird es nicht ne wird es nur noch einfacher ach wirklich hier durch kann ja nicht so schwer sein oh mein Gott oh mein Gott nein 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 wo bin ich denn jetzt auf der nächsten map war ich schon oh mein Gott mit 2 ich habe es mit 2 geschafft ich bin okay ich bin auch ach so ne ich dacht das ist den falschen Weg wie den falschen Weg weil man kann das Nanofold jeder drin ja aber ich habe einen besser ja bei hat einen aufgeholt ich war schon in der nächsten map gerade hier war ich eben schon hä hä ja hä 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 Desktop da hinten ist die Fahle das wird jetzt das wird interessant ich vergehe da lang nein 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 das ding egal das ding schiebt mich jetzt ich bin aber auch nicht besser warte jetzt 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 wenn man kann sich da rein schieben lassen oh mein gott ich habe das jetzt auch nein dann erschiebt ich kann ich mal schlagen jetzt oder was jetzt schiebt mich daran schiebt mich da einfach rein ich warte mal ich mache gar nichts schiebt mich da rein ja wunderbar so haben es doch ich bin drin mit drei ich hab ich kann auch noch das ist dann auch noch so ein gemein jetzt muss ich hier mal ein bisschen so okay wenn ich wieder da kann man eine abkürzung nehmen oder nein oh mein gott wo fall ich mache auch mal nein nein das war viel zu lasch ich will die abkürzung hier nehmen oder da da hinten durch ist wahrscheinlich viel einfacher so jetzt und mit drei drei mit drei sei denn jetzt ich mache jetzt hier richtig mit pingpong so was darfst du nicht tun bandentechnik nein das geht nicht ja ich komme wieder mit einem mindestens okay ich komme mit einem wieder zu dir und kommt wieder ein ran okay unten haben wir noch so was ist jetzt hier ich sehe gar nichts ach doch da um die ecke darunter ich mache jetzt mal hier voll dampf dass ich darüber rollt und es nein nein ich habe viel zu ich soll hier rüber hüpfen das würde am anfang oder was ich bin hier ist eine zielscheibe und ich würde nicht treffen jetzt ist die frage wie doll ne so okay und zwar viel zu tun ich versuche jetzt wieder mit bandentechnik und nein 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 okay ich hab's geschaffen neun schläge bin wieder weg geben aber kann auch viel passieren da hinten sind sie noch 14 und 15 ist mit sicherheit schwierig das okay das verbringt bleibt er auf dem rand liegen gibt's doch gar nicht So, jetzt kommt, glaube ich, ein schwieriges. Was ist das? Muss ich den Zielschein treffen? Ich versuche mal, den Zielschein zu treffen. Okay, bringt aber nichts. Okay, das war blöd. Bitte, ja. Guck mal da rüber. Nein, nein, was mache ich? Oh, warte, ich versuche mal von hier hinten das Loch da zu treffen. Mann, ich kann nichts sehen. Aber du kannst die Ansicht aber verändern, glaube ich. Mit R, B, R, T, glaube ich. Hier hoch, zurück kannst du. Mann, ich bin jetzt nur noch hier. Ich will Glück. Okay. Sechs. Acht. Okay. Ich bin so schlecht. So, was ist jetzt? Wo sind wir? Da ist die Fahne. Nein. Warum bin ich jetzt da unten? Ah, du bist zu weit gesprungen, ja? Nein. Nein. Ich mache auch mal. Oh nein, ich bin raus. Okay. Oh, ja. Das ist halt die Frage. Einfachen Weg oder den schwierigen, ja? Ich versuche mal so. Nein. 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 Jetzt muss ich den langen Weg hier gehen. Oh mein Gott. Nein. Ey. Warum? Nein. Nicht in dieses Kackloch da. Er schafft es nicht hoch. Okay. Sechs. Ich habe sechs gebraucht. Okay. Was ist jetzt? Nein. Nein. Wie soll ich jetzt da? Nein. Nein. Warum bist du da nicht reingefallen? Dann falle ich doch in das Loch da rein, oder? Mach. Oder warte, ich versuche so. Okay. Oh mein Gott, ja. Okay. Ich setze mit sechs. Ja, aber sch. So drei Löcher haben wir doch. Das kann ja nicht so... Jetzt muss ja einiges schief gehen, wenn ich das noch versemmel hier. Okay, Lasse. Guck. Ich gucke mal bei Lasse kurz zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schüssi. Das kriege ich auch mit Glück. Warte, wenn ich ein bisschen Dummglück habe, dann habe ich das. Ich hatte ein richtiges Dummglück. So, jetzt darauf. Zack. Nein, nein. Ja. Ja. Jetzt kommt das Schwere. Na, ich kann jetzt reinschießen. Die Seite, oder? Du musst ja nicht von da vorne rein. Okay. Doch, mit zwei noch geschafft. Alter. Jetzt habe ich gedacht, jetzt verkacke ich hier richtig. Wacht ich schon. Aber dein Lucky Shot, der war ja richtig gut. Okay. Was kommt jetzt? Ach so, die reißen einen so mit. Okay. Ich versuche mal so. Obwohl, wenn der eine mich nach links und der andere mich nach rechts schiebt. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Dann reicht es doch, wenn ich einfach geradeaus dahin schieße, oder? Zack, zack. Nee, passt. Meine Theorie ging leider. Oh mein Gott. Ich bin... Wehe. Wehe, Mann. Bitte. Lebe mich auf. Ich kann... Okay, genau. Was? Mit zwei Schläge. Ich habe Glück gehabt. Ich habe das größte Pech. Fünf. Okay, so Leute, das war geholfen. Kriege ich jetzt einen Preis? Nein, es gibt noch ein Loch. Ah, es kommt noch eins. Ach so, ich war schon der sichere Sieger, dachte ich. Was muss ich hier machen? Volldampf? Ich mache Volldampf. Nee, Volldampf gibt es aber gar nicht. Ich glaube, das Förderband soll einen rüberschießen, oder? Ich gehe mal nur ganz leicht drauf. Ja. Oh, das war... Hä? Oh mein Gott, wo bin ich? Was? Hä? Hä, wieso haut das Förderband mich denn immer drüber? Nur jetzt. Oh mein Gott. Nein, ich hasse doch Wolves. Jetzt ist er drin. Okay, ich bin drauf. Oh, irgendwie. Oh, jetzt kommen die Bäumstimme. Was ist das? Oh mein Gott. Verfehlt er mich? Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Bitte. Warum bin ich denn hier, Mann? Warum? Ich habe Glück. Ich bin hier liegen geblieben. Ich habe ein bisschen mehr Glück wie du, glaube ich. Ja, du hast das beste Glück. Nein. Geh da rein. Mann. Aber das Außenliegen jetzt kannst du nicht. Nicht zu toll. Mann. Mvid. Das war es schon. Da hast du schon gewonnen. Aber der war gut. Dieser war der Gast. Der war kacke. Zum Entfernen. Das mussEM sicher. So, Baumfeld. Okay, okay. Kriege ich ja zum Preis. the killer wurden. Nö, ich hoffe nicht Okay, ein paar weniger Schläge habe ich gehabt Alles klar, okay, das war eigentlich ganz cool Lasst ein Like und ein Abo noch, falls das gefallen hat Genau, falls ihr nochmal eine Runde zocken sollt Oder vielleicht sagt ihr, ja, ihr habt das Game auch Dann sag mal Bescheid, dann können wir ja mal zu dritt, zu viert Ich glaube bis zu zwölf Spieler können hier spielen Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal eine Runde angezockt Wir gucken uns das nochmal ein bisschen an Und dann sind wir erstmal raus und Ciao Ciao